hier drüben vielleicht er komme ich nicht hoch oder ich gehe mal hier nach unten und gucke ob hier eine treppe ist die nach oben führt hier ist noch ein topf ich freue mich schon den trollstab gleich bei der belagerung zu benutzen das mache ich auch platt ja komm ich gehe mal kurz nach unten und ansonsten hier kommt man leider nicht hoch das laber und das nass quinn so ich glaube mal weg diese treppe aber hier kommt man nicht hoch ich baue es einfach hier hin oder nee da sind wir zu unsafe aber da mal wir könnten hier hoch so so und dann hier rüber jumpen nicht warum geht das nicht ist ein hindernis so geht es und dann hier hoch dann sind wir wieder an der stelle und hier baue ich jetzt das portal hin erstmal workbench wow schon wieder die schießen durch die scharte durch aha kann es sein dass das der das ist diese diese dinges ist die armbruster der spot hier ist doch nicht so gut kann das nicht hier hoch ja ich probiere es weil der jetzt wieder schießen könnte ne so hier hoch aber er schießt nicht hier hier soll es sein da mache ich die workbench da hinten hin oder hier irgendwie keine ahnung da das ding schießt das muss ich mal zerstören war so wie zu dem thema vor allem das übelst also das kann ja übel gut zielen das teil ist ja richtig gemein ich mach mal so sehr gut und dann bringe ich erstmal den loot weg oder sehr gut das hätten wir schon mal wobei ich mich da tatsächlich gerade wirklich nicht sicher fühle an der stelle die wir da aufgebaut haben ich gucke mal plötzlich spät haben wir denn gerade mittag ausgeruht sind wir auch noch ja kommen dann können wir zurückgehen und ich mache mal diese komische armbruster weg ganz ehrlich so wenn ich hier stehe kann er nämlich schon auf uns ballern habe ich ein bisschen angst das total ist jetzt im weg ich sehe gerade nichts da ist aber auch schon wieder ordentlich was los ich gehe mal da drauf ne da kam ich doch irgendwie rüber nicht so stehe und dann nein nein gut aber gar nicht weiter wild da der wird schießen ne ja dann schließe ich auch durch die schießscharte ganz ehrlich ja ja komm ja so geht's oh ups gut so wie zu dem thema aber das ding ist kaputt ne oh gott sei dank ja die armbrust ist kaputt gut da ist ein spawner den mache ich auch platt höher ne ja viel höher ja so ist gut und ich baller mir mal das hier rein das war viel zu hoch das war läuft zu niedrig ich mach mal so das sieht gut aus ja so ist gut hm 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 sollte gleich kaputt gehen ne höher und noch ein das war's dann aber oder nein die waren schon wieder zu hoch ist aber auch schwer zu treffen zu niedrig der war gut sieht aber gut aus ne ich glaube wir machen da progress wird es gerade dunkel es war doch alle mittag ach es fängt an zu regnen man jetzt geht nicht kaputt wie viel leben hat das ding denn und unten wird gerade alles zerstört ah es ist kaputt sehr gut und da unten der rastet mir ein bisschen zu sehr aus ich nehme hier dieses pulver auf machen wir ein energieschild dann würde ich sagen ey warum ist es so dunkel ah da ist noch ein spawner sorry leute aber ihr wisst wie es ist die dinger spawnen sonst unendlich nach und wir werden nie fertig aha er hat einen weg gefunden wie er uns treffen kann aber er läuft dann ja wieder weg ne gut feel free ich glaube mit seinen steinen kann er nicht so viel schaden machen dass er hier irgendwas zum einkrachen bringt ich hoffe es einfach mal so und noch ein man so 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 ich mach das jetzt einfach so lange bis es einkracht oh das sind schon zwei wa ich glaube ja da ey das ist doch nicht wahr so na also na endlich so und du buddy kriegst erstmal ne erfrischung oh da ist noch einer aua hä ich hänge fest ich hänge fest festgeglitscht und äh warum wird es denn gerade dunkel es war doch gerade erst mittag oder bin ich jetzt bescheuert schon wieder so viel zeit vergangen wahrscheinlich ne aber dafür haben wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr sicherheit deutlich mehr sicherheit das freut mich natürlich und äh dann geh ich hier mal wieder hoch wie hab ich hier den weg nochmal hoch gefunden hier ne ne ja doch das ist auch ein weg nach oben gut ja doch das war auch der richtige perfekt und ähm weil es scheint gerade tatsächlich dunkel geworden zu sein und da hab ich übel keinen bock hier rum zu rennen deswegen geh ich mal zurück und theoretisch kann ich auch die Sachen holen und wir können versuchen das zu belagern dann belagere ich das erste mal allein aber let's go perfekt rüber gerannt das kennen wir ja bereits ja so viel Loot haben wir jetzt gar nicht aber dafür haben wir jetzt Sicherheit so und äh ja das ist tatsächlich noches Wetter ne ne doch es ist Nachmittag ja gut dann müssen wir pennen gehen ja da ist dann natürlich wieder Hardcore am Längen bei dem Nebel stimmt ist auch besser ne weil wenn es hier regnet bedeutet das ja dass es in in den Aschlands gerade dieser Ascheregen ist und da sieht man ja nichts also würde ich sagen gute Nacht guten Morgen oh wir müssen Holz nachfüllen dann machen wir das auch hier so oh ja da ist er wieder saven natürlich danke für nichts so dann hier hin und hier hin sehr gut dann können wir das Holz wieder reinschmeißen so und dann würde ich sagen wir holen uns wir holen uns sämtlichen Stuff den wir für die Belagerung brauchen also Treppen und lass ich kurz überlegen Flauschi na was machst du da schräg auf der Treppe so wir nehmen zwei Eisen raus ja ist ja egal wo so dann nehmen wir Holz mit ich habe auch gelesen jemand hat geschrieben diese Energieschilde sind wohl auch ganz nützlich die man bauen kann diese Schildgeneratoren aber ich würde ganz gerne erstmal darauf verzichten und die Dinger einfach nur so bauen also die Workbenches dass sie irgendwo unterstehen damit sie nicht getroffen werden von diesen Feuerbällen vom Himmel so und außerdem ich könnte normalen Stein nehmen oder ich nehme Grausten weil wir so viel Grausten haben nehme ich mal davon eins und einen halben ich glaube das reicht und schon klar wir brauchen noch den Rambock den hole ich mir aber erst später erstmal machen wir die Belagerungstreppe sieht ganz schön dunkel aus aber es ist morgens und ich würde sagen hindurch so hier sind wir und wir werden noch nicht beballert von irgendwelchen Armbrüsten und dann gehe ich mal erstmal nach vorne und guck ob da Feinde rumrennen und so laufen sie aber nicht da ist ein Warlock ne ein Bogenschütze ne den könnte ich versuchen mit Feuerball zu treffen ich probiere mal so hoch weil der braucht der braucht ja nur zwei Treffer oh so kann sein dass er jetzt schon stirbt am Feuer ich warte mal kurz ne er lebt noch übel clever jetzt könnte er am Feuer sterben ich weiß nicht kann natürlich auch sein dass er Sterne hat nein bleib stehen hab ich den umgebracht ok es geht natürlich auch der macht da alles kaputt so sei es und der ist tot ne entweder tot oder ich hab ihn runtergekickt oh der Warlock oh oh ja ja I see I see und ich erinnere mich auch dass der Stärke hatte ne der war glaube ich recht gut gegen Elementarschaden gewappnet ich mach mal den hier hin und den Asquin hol ich erstmal her da ist er guck mal her bitte so salve rein und weg hier und da ist der da ist er warte mal ich lock den mal hier hinten hin mach außerdem Akteur an das brauch ich jetzt und du kommst doch schön hierher und dann kriegst du nen dicken Troll aufm Kopf BAM haha so viel Spaß so was beim Feigen alter der hat aber ganz schön viel Life hmm sehr gut ich mag den Zauber ich mag den Zauber sehr gern der könnte allerdings hier alles einreißen ne das sieht aber gut aus und jetzt geht er auf mich ne ah ah der kriegt sogar extra Schaden von Frost das ist natürlich erfreulich der dropped bestimmt nix ne oder Das hätte mich jetzt stark gewundert, wenn er was gedroppt hätte. So, her damit. Und hier. Sehr gut. Ja, der hat doch gut aufgeräumt. Und das würde ich gleich nochmal machen. Da mache ich schönen, dicken, fetten Troll in die Mitte rein. Aber erstmal müssen wir hier aufräumen. So. Dann die Workbenches hier hin. Eine hier an die Mauer. So. Und eine direkt daneben. So. Dann die Trappen bauen. Ne, schwerer Bau. Die hier. Ah. Ja, gut. Kommt mal kurz her. So, schön nah ran. Dann streuen die weniger. Tschüss. Und. Schön hier geblieben. Tschüss. Dann jetzt aber schwerer Bau. Das muss ungefähr so. So. Keine Ahnung. Mach mal. Hätte ich noch höher machen können, glaube ich. Ah, ich glaube. Ja, doch. Muss höher. Also noch weiter nach hier. So. Da sind überall Geräusche von Viechers. Aber ich glaube, die kommen überwiegend aus der Festung. So. Sehr gut. Ist sogar blau. Also hält es. Dann hier hinauf. Mach ich doppelt, ne? Ja. Was sind das für Geräusche? Ich glaube, das ist der Warlock. Habe ich das Gefühl. Wir werden sehen. Ich gehe mal kurz hoch. Nehme mir schon mal die Platte hier. Dann kann ich die direkt bauen. Ich hoffe, hier trifft mich keiner. Energieschild. Und das flugt natürlich. Und fünf. Hier hoch. So. Da gehe ich gegen die Stachel gegen. Deswegen mache ich... Wow. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe euch schon. So. Auto. Hier oben drauf. Und dann mache ich hier einen Troll rein. Hier oben rauf. Und... Tschüss. Nein. Ich bin gestorben. Scheiße. Ich kann meinen Troll ein bisschen aufräumen. Viel Spaß. Scheiße. Woran bin ich gestorben? Ja, verdammt. Da bin ich wahrscheinlich gerade... Da habe ich meinen eigenen Troll abgekriegt. Die Explosion vielleicht. Aber ich glaube, jemand hat mein Schild zerstört. Und die grüne Flamme hat mich gekillt. Ich weiß es nicht genau, was das gerade war. Na gut. Was soll's? Ne? Also nochmal kurz gut ausruhen. Immerhin haben wir den Troll dort platzieren können. Der ist aber auch irgendwie schwer zu... Positionieren. Ich habe das Gefühl, der... Positioniert sich nicht immer genau da, wo wir es wollen. Obwohl eben gerade, als ich den... Auf den Hexer geschleudert hatte, ging es eigentlich, ne? Ich mache mal so, so, so. Und ballere mir den. Ja, und ein Feuerheil, mate. So. Ne? Und ich glaube, das sollte reichen. Ich hoffe, wir schaffen es bis zu unserer Leiche. Und ich muss nicht irgendeinen Stuff holen. Ich glaube aber, das sollte klappen. Denn ich glaube, die sind ja gerade mit dem Troll beschäftigt. Allerdings muss ich hier natürlich versuchen, vorsichtig runterzukommen. So. Und hier. Und hier. Und jetzt hier ganz schnell nach oben unseren Stuff geholt. Lauf, 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 lauf. Jump, jump, jump. Oh, oh. Bogenschütz. Schnell weg. Und tschüss. Oh ja, da hat er schon auf mich geballert. Ich gehe hier mal in Deckung. Und ziehe mir meine Klamotten wieder an. Und außerdem... Achso, das Food habe ich ja schon. Gut. So. Die sind ja ganz schön am Feinden, wa? Gegen den Trollen. Oh. Sollte ich da mal ein Feuerball reinschmeißen. Oh. Shit. Das war voll daneben. Das war nicht geplant. Das war zu hoch. Ich gehe mal weiter in... So irgendwie, dass ich besser zielen kann. Ja, jetzt ist es schon wieder verteilt, ne? Ich gehe mal hier ganz dicht dran. Energieschild. Kriegertod. Und den zucken dann ebenfalls. So. Jetzt Mana aufladen. Und dann probiere ich das mit dem Troll nochmal. Das hat ja doch ganz gut geklappt. So. Jump, jump, jump. Beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Und tschüss. Ich frage mich auch, wie viele ich beschwören kann. Weil das hat ja nur eine Eins, ne? Dann darf ich auch nur... Kann ich auch nur einen her... Also, einen beschwören, glaube ich, gleichzeitig. Aber der sollte ja jetzt erstmal da aufräumen. So wie ihm geheißen. Hä? Wo ist er denn? Kein Plan. Das gibt's nicht! Alter Schwede, ist das brutal. Scheiße. Scheiße. Hm. Ja, das ist ja jetzt doof. Vor allem geht das ja mir nicht die Nahrung aus, ne? Kann ich mittlerweile pennen? Jo. Gute Nacht. So. Guten Morgen. Und ich bin ganz ehrlich, ich, ähm, frage mich gerade, wie wir jetzt die Kontrolle über die Zinnen bekommen sollen, wenn der Bogenschütze da steht. Oh, come on, Alter. 12,24 Sekunden. Ja, moin. Ähm. Weil, wie komme ich denn dann da jetzt ran an meine Sachen? Und vor allem, es sind so viele, dass ich einen Zauber wirke und sofort down bin. Ich mache mal so und so. Und so. Und ein Feuerheil trank. Und ich glaube, ich nehme auch kurz den Schildstab von hier oben, damit ich immerhin ein Schild habe und nicht mit einem einzigen Hit tot bin. Also, Stab des Schutzes. So. Und dann Runder. Und nochmal probiert. Hm. Das ist knifflig. Wie komme ich da, weil immer wenn ich die Treppe hochgehe, bin ich sofort tot. Ich müsste theoretisch von der Ferne, ja ne, ich muss ja auch die Spawner zerstören. Die Spawner haben Priorität, aber wie komme ich da rein? Ah ja, gut ausgeruht natürlich. Ich stelle mich mal kurz hier hin. Ah doch, wir sind 24 Minuten gut ausgeruht. Wir haben ja pennen. Gut. So. Da sind wir. Und ich muss jetzt wieder vorsichtig die Trap runter. Halt, 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 halt. Wow, wow, wow. Da liegt ein Ausdauertrank. Ja, der kann da liegen bleiben. Ich schab mal hier drauf. Hier. Und so. Und da oben sind nämlich die Feinde. Hm. Ich habe ja keine andere Wahl als schnell hoch. Meins darf holen und wieder weg. Ich mache mal den hier hin. So. Und tschüss. Ja, 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 ja. Ist ja gut, ich bin ja schon weg. Halt. Ja, der eine wird mich jetzt leider verfolgen. Deswegen gehe ich mal hier irgendwo drauf vielleicht. Also nicht drauf gehen, sondern oben drauf gehen. Keine Wortspiele. So, hier drauf. Und so. Der schmeißt zwar mit Steinen, aber wir haben immer noch ein Energieschild. Das macht er bestimmt gleich kaputt. Ein Hit noch oder so. Gut. Dann kann ich mir das alles reinzimmern. Und da hat das zerstört. Energieschild. Trotzdem noch. Nein, nein. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Weil der hat ja dann doch nicht so viel Life. So, was mache ich jetzt? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Troll beschwöre und ich gehe vor die Mauer und klicke, dann wird er ja trotzdem vor, also dann wird es ja wie ein Projektier schießen. Ich gehe nochmal schnell nach oben. Versuche es nochmal. Hin. Beschwören und weg. So, das sieht doch gut aus. Viel Spaß beim Feinden. Und währenddessen kümmere ich mich hier oben um die Zinnen, während die abgelenkt sind. Alter Schwede! Wow! Sind da viele Feinde. Holy shit. Kein Wunder, dass ich andauernd sterbe. Okay, okay. Feuerball vielleicht. Für Flächenschaden. Schon noch Zucker. Zuckerball. So. Da ist der Hexer. Oh oh. Hm. Da gehe ich mal schön. Outer range. Da sind welche runtergefallen. Da war auch ein Hexer bei. Ich laufe mal weg. Hier hin. In Sicherheit. Und dann locke ich ihn mal her und schmeiße ihn einen Troll auf den Korb. So. Hier lang. Hier bin ich. Moin moin. Hier lang. Hier lang. Schön weg. Von den anderen. So. Und. Attackos. Gut. Du bist gern. Und du kümmerst dich um den Hexer derweil. Dankeschön. Ja. So geht das. Wobei ich mich frage, ob die Hexer auch nachspawnen. Ich glaube ja, ne? Oh oh. Genau richtig getimt. Sehr gut. Und vor dem Troll hau ich mal ab. Weil sobald der den kaputt gemacht hat, greift der uns an, ne? Äh. Hier kann ich nicht lang. Ich gehe mal hier lang. Scheiße. Ah. Da sind noch mehr Feinde. He he. Sehr gut. Räum doch mal schön auf. Machen die überhaupt Schaden an dem? Ja. Gut. Äh. Dann erledige den mal bitte. Ach der. Er läuft sogar weg. Sehr gut. Ich habe aber das Gefühl, das bringt gar nichts, ne? Das Gefühl, der würde ewig weitermachen. Macht er da jetzt auch noch irgendwas? Ne, ne? Greift er das an? Ah. Gut. Hat sich erledigt. Der Bogenschütze da. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Er hat mich nochmal getroffen. Das ist natürlich dreist. So. Und ich mache nochmal einen Troll rein. Das hat gut geklappt. Und ich hoffe auch, dass davon die Spawner kaputt gehen. Gehen sie, ne? Dann mache ich mal da hinten einen hin. Oh. Okay. Ich gucke mal, was passiert. Dann mache ich den hier platt. Und versuche wieder, die Zinn zu erobern. Ah ja. Der kämpft gegen den Hexer. Perfekt. Perfekt. Wow, 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 wow. Tschüss. Sind das viele Feinde. Oh mein Gott. Und ich muss auch die hier immer plätten. Dann machen die meine Treppe kaputt. So. Sehr gut. Der Troll ist down, glaube ich. Ich mache den... Ich mache wieder einen hin. Ausdauer. Und weg. Bamm. Volltreffer. Schön aufräumen. Oh. Soviel zu dem Thema. Das ging ja schnell. Okay, nochmal. So. Und. Na los. Greif sie an. Sehr gut. Die ist schon mal alle weggemacht. Oh. Oh oh. Okay, sehr gut. Äh. Währenddessen gehe ich mal kurz hier hoch. Und. Lauf über die Zinnen rüber. Hier lang. Lauf, 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 lauf. So. Und ich nehme mir sogar einen Ausdauertrank. Lauf, lauf, lauf. Nicht treffen lassen. Und dann dahin. War das ein Treffer? Ne, der war daneben schon wieder. Oh. Da kommt ich nicht vorbei. Änderg die Schild. Schnell, 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 schnell. Uiuiui. Ich laufe weg. Tschüss. Tschüss. Oh. Gewitter. Man sieht nix. Hm. Wie krieg ich den Spawner da hinten down? Wow. Nicht schon wieder grüne Flamme. Ah. Wo kommt die her? Wo kommt die her? Der müsste irgendwo hier unten sein. Ich laufe mal weg. Ich laufe mal weg. So. Energie Schild. Dann dich plätten. Und dich auch. Und der müsste jetzt gleich kommen. Da ist er, ne? Ich geh ja schon. Nein. Wow. Das war knapp. So. Lauf, lauf, lauf. Gott sei Dank hab ich den Feuertrank genommen. Sonst wär's das jetzt wieder gewesen. Ich seh ihn nicht. Energie Schild. Da ist er. Da ist er. Ich seh ihn. So. Außer Reichweite gehen. Morgen. Oh oh. Hm. Sechs. Ich laufe mal weg. Hier ist die Festung. Ich geh mal hier rein. Und hier hoch. Na komm. So. Bleib doch mal schön. Er macht die. Nein. Und sieben. Und ausgewichen. Und tschüss. Alter, ich seh gar nichts. Scheiße. Und noch ein Asquin. Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Ah. Troll, wa? Ich beschwör'n Troll. Na los, 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 wie viel brauch ich denn? 120, okay. So, und jetzt alle abstreifen an ihm. Von den Morgen. Sehr gut. Und ich zieh' weg hier. Schnell zur Ruine. Energieschild. Nein. Nein. Das war der Troll. Ich Idiot. Das war nicht so gut. Ich glaub', ich hab' nur einen, ne? Schreibt er mich an. Ich seh' nichts. Ich seh' gar nichts. So. Sehr gut. Sie kämpfen. Wo sind, wo sind die Ruinen hier? Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich hau' ab. Und der hat, glaub' ich, fast die ganze Treppe hier vernichtet, ne? Jetzt aber schnell. Von dem, was doch steht. Oh, Mann. Was ein Kampf. Okay, ich hau' mal ab. Tschüss. Untertitelung. BR 2018